So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal endlich wieder Enduro fahren. Ich bin jetzt hier gerade mit Johnny, der ist spontan dazu gestoßen, auf dem Weg zum SIP. Servus. Da gibt es ein paar geile Sachen, beziehungsweise ein paar geile Hänge und so weiter und vielleicht so einen Steinbruch. Und ja, wir machen heute glaube ich so einen richtigen Influencer-Enduro-Tag. Also wir machen ein paar geile Bilder und ich war auch eh eben schon überfahren, das muss ich mich ja schon mal zurechtfinden. Und ich denke, der Johnny scheißt sich eh ein, weil der sein neues Dekor hat. Das zeige ich euch nachher mal, sobald wir angekommen sind. Weil ich glaube, da tut es ein bisschen leid, so zusammenzukratzen. So Leute, angekommen beim SIP. Der Peppo ist auch noch da, aber der kommt da ja gar nicht vor gerade. Da kommt auf jeden Fall nicht her. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt fertig und dann fahren wir. So Leute, hier nochmal in Johnny sein Dekor. Sieht an sich richtig geil aus, aber der Tank sticht halt genauso weiß raus wie bei meiner. Und es ist mal in Matt. Aber ich glaube bei Matt gab es nicht immer die Probleme, dass die Kugel dünner ist. Und dass die nicht ganz so geil hält. Macht es unverlässig aber grenzend. Ja, da ist schon ein bisschen so zergratzt vor seinem Stiefen. Steht ja falsch ein Sponsor drauf, oder? Fürs Video ist okay. Sieht aber wirklich geil aus, kann sich sehen lassen. Und hier ist schon ein 17K noch. Die richtig ranzige Enduro. Die 500er. Ja, wir warten jetzt auf jeden Fall noch auf den Kollegen selbst schon hier. Und wenn der fertig ist, dann gehen wir eigentlich nur fahren. Ja, weil eigentlich wären wir alle schon fertig. So Leute, auf dem Bike sind wir. Der Fit kämpft hier schon. Johnny war das noch irgendwo da unten. Ich hoffe, der sendet das gleiche hoch. Ich finde es auf jeden Fall jetzt schon geil. Ich fühle mich wie am Arzberg irgendwie. Mach's voll bockst, was ist halt voll mein Ding. So, 100er läuft. Ich hoffe mal, es werden keine Schrauben locker nach dem Sumum auch. Nicht, dass da irgendwas mal locker wird, wenn man ein bisschen verpferd wird. Und das dann geht. Ja, komm, gib Gas, Junge. Was ist denn los? Da fährt sich einen anderen Weg zu. So Leute, das ist hier der Bezwingerhang Wie beim Arzberg. Das Tip hat gerade schon gefehlt. Aber der ist auch wegen der Sonne einfach nur gegen den Stammler gefahren. Aber die Sonne ist schrall da auch einfach hier komplett rein gerade. Ich werde jetzt gleich mal die Kamera in die Hand drücken. Und ja, dann soll der mal fahren. Ich bin nämlich vorhin schon ein paar Mal hochgefahren. Man hat aber auch gar nicht so den geilsten Anlauf. Ich sende jetzt einfach mal hoch, Jungs. Ich sende jetzt einfach mal hoch, Jungs. Ja, Mann. Ich sehe da gar nichts. Was? Ich gucke halt so, dann geht es echt gerade so. Und wie siehst du dann, wo du hinfährst? Keine Ahnung. Aber es geht. Ach, Sip. Send halt mal hoch jetzt. Wie war der Ton so beim Hochballern? Geil, oder? Richtig geil, Mann. Wir können auch mal versuchen, ob man da drüben noch hoch senden kann. Da ist der Schlamm noch hoch. Aber jetzt noch trocken, oder? Ja, dann musst du mal hinfahren. Ich teste mal. Können die da So Leute, immer noch an dem Hang. Jetzt haben wir den Servus schon hier nochmal hochprobieren wollen. Weil jetzt gerade schon probiert. Aber das hat nicht ganz so geklappt. johnny macht nix sein duro. macht nix. alle guten dinge sind drei oder hab ich das gerade schon gesagt? du weißt doch schon zweit oder? ja ich hätte sie gemacht geh mal ein bisschen komm johnny geh mal ein bisschen wie beim burnout einfach senden bisschen bruder so johnny hat es noch mal ein bisschen wieder nix gewohnt wir sind da unten fast zu schmal gelegt für den hügel das war richtig knapp vorsichtig 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 jungs oh gott 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 oh ja er hat es geschafft so leute vorhin hat man es noch davon dass es nicht zerkratzt na johnny spitze mäßig ich auch also my fmf ist noch ganz jungs er kann sich noch richtig sehen lassen der ist noch richtig bling bling mit ballern ist auf jeden fall da noch ein paar hänge machen wir noch ein paar fotos dann war es das auch schon dafür heute so leute ich werde den hang noch mal probieren ich habe ihn gerade schon ein paar mal probiert aber ich habe jedes mal übelst verkackt geisterkrank schreibt das könnt ihr vergessen in die kommentare und los und los geht's ich habe mir richtig sorgen gemacht ja also genug für heute das reicht oder jungs ja ja spitze eh nächstes mal kamera wir fahren uns zurück und dann melde ich mich wieder wenn ich im bus bin heppo hallo oh heppo bist es du tipp da jetzt komm ich raus meinste tippe mal ja ja aber zuckend oder nicht irgendwie nachher im tourhof am telefon schauen ist der wahnsinn an den zwei chillen da hinten so richtig naja die sind ruhig ey du mach das doch ich streichel ihn ich streichel ihn weg baby ich steig mich jetzt steig mich komm pippo so genug jetzt leute die morpids sind schon eingeladen vielen dank fürs zuschauen euer süd vom hause alle ich streichel den pippo ich steig ihn weg oh gott danke fürs zuschauen abonnier den kanal haut rein ciao